Heute bei Eine Stimme die Sängerin und Internet-Aktivistin Zoe Lila. Herzlich Willkommen. Hallo Zoe. Das Thema Internet und die aktuellen großen Parteien, kommen Sie da überhaupt noch mit? Ich glaube, das Internet ist ja nicht zu trennen letzten Endes mit unseren Grundrechten auch. Also letzten Endes spiegelt das Internet ja mittlerweile eigentlich nur noch unser eigenes Sein und eben auch zu Hause. Also wir halten uns ja doch sehr viel im Internet auf, sowohl privat als auch beruflich. Und ich glaube, spannend wird die Frage erst dann, wenn es darum geht, inwieweit vertreten die Politiker unsere Grundrechte noch im digitalen Zeitalter und im Internet. Also mir geht es natürlich um ein freies Internet und da sind wir schon wieder ganz schnell bei den Grundrechten, bei Freiheit, bei Mitspracherecht, bei Demokratie. Und ich denke, die Parteien, die das Ganze offline schon nicht wirklich vertreten haben, vertreten das jetzt natürlich genauso wenig online. Du hast 2009 dein erstes Album rausgebracht, Queendom.com und hast das sofort auch unter Creative Commons License veröffentlicht. Das heißt ja, dass die Leute das frei runterladen können und auch nicht kommerziell weiterverteilen und benutzen können. Was hat das für dich quasi mit deinem Ideal von Internet und davon, wie man dieses Potenzial nutzt zu tun und warum hast du diese Entscheidung getroffen? Das hat für mich auch wieder mit Freiheit zu tun, mit künstlerischer Freiheit in dem Fall. Ich habe die Vielzahl meiner Gefühle und Gedanken quasi auf ein Album gebracht. Und das hat mir die größte Freude bereitet, die ich natürlich auch mit anderen teilen möchte. Und ich möchte einfach, dass so viele wie möglich an meinem Ausdruck auch teilhaben können. Darüber, dass ich mein Album, also meine EP Queendom.com erstmal kostenlos veröffentlicht habe, konnte ich natürlich ganz viel Aufmerksamkeit generieren und habe dadurch dann natürlich auch ganz viele Aufträge bekommen, die dann ja auch bezahlt wurden, weil ich ja dann eingeschränkte Nutzungsrechte meiner Musik dann ja quasi trotzdem an Premium-Marken verkauft habe. Sehr interessant. Du hast quasi dieses ganze neue System zu deinen Nutzen natürlich umgewandelt und auch verwendet. Was damit ja total konträr geht, ist die GEMA und die jetzige Rechtsprechung, was das Umwandeln in Geld von Nutzungsrechten angeht. Mir sind einfach viele Sachen bei der GEMA aufgefallen, die ich so einfach erstmal sehr unverständlich fand. Zum Beispiel, also was ist das konkret? Ach schon, dieses ganze Mitspracherechtssystem, dass nur 5% tatsächlich ein Mitspracherecht haben, dann diese Innentransparenz, dann der Umgang mit der Digitalisierung. Also so diese ganzen Sachen, die fand ich einfach total strange und völlig unangemessen und eben nicht mehr zeitgemäß. Wie funktioniert das? Würdest du jetzt seine Musik einfach in die GEMA geben, um das zu verwerten, anstatt das selber zu machen? Wie würde das ablaufen? Ich würde sie ja gar nicht zu der GEMA geben. Das war ja der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, hallo, geht gar nicht. Ich habe mich dann aber recht schnell wieder darauf besonnen, was eigentlich mein Ziel ist, und zwar Musik zu teilen und Künstler zu sein, einen Ausdruck zu haben, mit anderen zu kommunizieren und habe dann im Zuge dessen dann auch Freunde gefunden in der C3S. Das ist die Initiative zur Gründung einer neuen Verwertungsgesellschaft und konnte dann dort auch meine ganzen Ideen mit einbringen. Und das hat ja jetzt auch gefruchtet, weil ich denke, die C3S ist jetzt auf einem ganz guten Wege, eine Alternative zur GEMA zu werden. In der aktuellen Diskussion zur Wahl geht es ja auch viel um die Frauenquote, wo es ja immer einen Aufspray gibt oder ganz diverse Meinungen, wobei da ja noch nicht mal ein Königinnenreich, sondern einfach nur die Hälfte gefordert wird. Wie siehst du das? Hältst du das für nötig? Irgendwas in mir schreit natürlich auch auf, boah, geil, Quote und einfach Hammer drauf, so zack. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist es eigentlich bescheuert. Also es widerspricht eigentlich meinen Prinzipien, weil ich definitiv der Überzeugung bin, dass man sich eben dem hinwenden soll, was man tun kann und was einem Freude macht. Und wir müssten eher gucken, wie wir das den Frauen attraktiv machen können. Also wie kann es einer Frau Freude bereiten, in der Politik tätig zu sein oder überhaupt wirtschaftlich zu arbeiten? Oder was weiß ich, in welchen Bereichen, wo wir eben auch mehr Frauen brauchen? Die Frage ist da immer die Frage der Abgrenzung, glaube ich. Inwieweit grenzt man dann schon wieder den Frauenbegriff vom Männerbegriff ab? Und letzten Endes ist es eh alles eins und sollte auch alles gemeinsam in eine Richtung gehen. Eigentlich ein schönes Schlusswort, wenn man über die Politik und die aktuelle Wahl gerade nachdenkt. Vielen Dank für dein Interview. Gerne, danke. Gerne, danke. Untertitelung des ZDF, 2020